halli hallo liebe star citizen freunde youtuber oder die die gerade meinen kanal besuchen aktuell zum anlass ich mache gerade kein star citizen video hat den hintergrund weil mein gutes netzteil mein alters mein cooler master g650 verkauft wird was aktuell in meinem rechner steckt und um das ganze gute stücke nicht so zu belasten für den neuen oder für den käufer sozusagen spiele ich natürlich jetzt spiele die nicht so viel leistung ziehen bzw nicht meine grafikkarte an ansprechen damit der gute mann der das gekauft hat auch noch in den genuss des netzteils kommt und nicht kurz für auflösung steht genau jetzt wollte ich eigentlich gerade dead island 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 epidemic zocken scheint aber nicht mehr zu funktionieren sowieso schon ihr könnt mir gerne daumen da lassen für die kurze information die ich euch gebe hier oder vielleicht auch daumen runter oder kommentare was ich als nächstes machen kann fakt ist auf jeden fall wenn mein neues netz wieder da ist es ist bestellt das wird ein anna max ich glaube revolution 2 750 watt wenn er saß und ihr wollt dass ich das ein unboxing macht kann ich gerne machen schreibt es mir einfach in die kommentare rein genau jetzt wollte ich eigentlich kurz das mit euch andatteln sollte es mal jemand sehen wollen das spiel hätte ich das jetzt gerne gemacht aber scheinen nicht zu klappen gut dann wie gesagt lasst mir einen daumen da vielleicht oder kommentare es kommen auf jeden fall neue star satisten videos aber aktuell kann ich einfach nicht abdrehen weil sonst ich möchte dem guten mann wirklich nicht das zumuten dass mein netz hoch belastet zu ihm kommt und weniger spielspaß oder leistungsspaß oder wie auch immer dann danach hat ihr könnt auch gerne in die kommentare reinschreiben wie ihr das seht ob ihr so genauso handeln würdet oder ob wir sagen wird hey alter das ist unfair du kannst dann mit seinem mit seinem neuen netzteil was er gebrauchten kauf von dir noch spielen theoretisch kann ich weil ich habe nur keine kohle von ihm also kürzer theoretisch auch noch mir aber die sollte die nächsten tage kommen die kohle und von daher mache ich das jetzt mal so ganz auf meinem pc kann ich leider auch nicht verzichten so ein bisschen was muss ich auch nebenbei machen und ja lasst mir da was da und ich freue mich darauf und ich werde auch darauf reagieren von da bis die tage wir sehen uns hier geht leider nichts tut mir leid und vielleicht beim nächsten starst ist das video oder pd oder counter strike oder schreibt es mir rein also dann tschau 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 leute